Lita, meine Freunde. Heute mit ganz besonderen Themen. Tom, wir sind hier in einem neuen Raum. Freust du dich? Oh ja. Wir haben heute ganz, ganz besondere Themen. Nämlich Elway, definitiv keine PC-Version, das war bekannt. Petition war auch bekannt, aber mittlerweile sind es fast 17.000 Unterzeichner. Tom, was denkst du darüber? Ich denke, dass von diesen 17.000 gerade mal ein Drittel es tatsächlich kaufen würden für PC, wenn es kommt. Ja. Und es sich dadurch trotzdem absolut nicht lohnen wird. Genauso denk ich auch. Sie kaufen es halt 5.000 Leute und dann haben sie die Portierungskosten ein klein bisschen drin. Genau das denk ich auch. Ich hoffe, dass es bei den T-Shirts nicht so passiert, weil wir 300 Ansagen haben, hey, wir kaufen das vielleicht. Wenn ein Drittel der Leute das kaufen, ist es noch okay, aber... Ja, aber ich glaube, ein T-Shirt mit deiner Visage drauf ist deutlich interessanter als ein Elway für PC. Dann haben wir den Chris-Blog über Battlefield Bad Company 2. Er hat ein Update erfahren. Wusstest du das? Ja. Bestimmt, ja. Ey, die Lieder haben jetzt immer so spannend, weißt du? Das ist unglaublich. Achso, das Update habe ich aber wieder ausgenommen übrigens. Wusstest du das? Warum? Weil es ein gecheatetes Video war. Deswegen. Dann hatten wir, wo ich unbedingt noch drüber reden wollte, das Forum. Tom, wusstest du das? Dass du ein Forum hast. Das ist ein Forum. Das ist mir jetzt neu. Und es ist sehr, sehr beliebt, das Forum sogar. Ja, die eigentliche Intention dahinter war nämlich Hardware-Technik. Da habe ich ein Thread gestern gepostet. Festplätze wird in Windows nicht erkannt, im BIOS aber schon. Heißt das eigentlich im BIOS oder BIOS? BIOS. BIOS. Ja, im BIOS. Bio. BIOS. Das war ein Thema. Da konnten die Jungs bei Heise im Forum nicht helfen, meinem Kollegen. Und hier wurde direkt geholfen. Das war geil. Da dachte ich nur, oh, ist ja gar nicht schlecht. Das ist ja noch funktioniert bei deinem Kollegen dann. Das ist ja egal. Es geht nur darum, dass sie helfen wollen. Dann User des Tages ist der Christian. Hättest du was gedacht, Tom? Nee. Nee, der Seifelmann. Christian Seifelmann-Seifert ist User des Tages. Und weißt du warum, Tom? Weil er coolster Wasch-Fan ist? Nee, weil er cool ist. Ach so. Dann Block des Tages von Aschrak. Von Christopher. Aschrak. Überlebens-Tipps für Gamer. Es gibt ein paar Regeln, die jeder Gamer geschlechtigal berücksichtigen sollte. Immer eine vom Stromnetz unabhängige Energiequelle im Haus haben, damit der Rechner auch bei Strom ausverläuft. Da das aber meist unmöglich ist, immer einen aufgeladenen Handheld haben. Außer NDS zum Beispiel PSP oder PSP. Ihr könnt auch eine PSP benutzen. Ja, hat er einen Block geschrieben? Haltet euch dran, würde ich sagen. Dann, Gruppe des Tages ist, du hast ja letztens auch wirklich sinnvolle Hinweise gegeben zum Leben. Was war nochmal Zukunftsangst, ist die Spannung des Lebens. Das war schon ein bisschen länger her. Zukunftsangst ist die Spannung des Lebens. Und hier ein weiterer Tipp. Halte nie den Penis in den Mixer. Das macht Sinn, ja. Es sind wichtige Grundregeln. Das ist zufällig ein PC-Action-Magazin lese, weil da war ein ähnliches Bild drin. Echt? Ja, da gab es einen Glory Hole, wo jemand seinen Bild durchsteckte. Und auf der anderen Seite lauerte ein Kollege mit einem Mixer. Echt? Oh ja. Oh ja. Dann, Block des Tages vom Zahnpasterschaf. Bockwurst oder Bratwurst? Ja? Mal ganz im Ernst, was bei dem Thema schwerfällt? Was besser, eine schöne heiße Bockwurst und Brötchen oder eine Bratwurst mit Pommes? Was sagst du, Tom? Bratwurst mit Pommes. Bratwurst mit Pommes. Ja, Kommentar von Aschak. Dünner, was sonst? Das Schlimmste sind diese Currywurstbuden, wo sie dir eine Bockwurst als Currywurst verkaufen, nur weil sie Curryketchup dran machen. Ja, aber... Das sollte verboten werden. Das sollte verboten werden. Da weiß man eigentlich, eine Bratwurst ist eine Currywurst. Ja, noch nicht mal. Das ist ja eine Currywurst, eine Currywurst. So muss man es eigentlich sagen. Ja, genau. Das ist auch eine Currywurst. Das ist eine Currywurst, Freunde. Dann, noch ein Block des Tages. Diesmal von Bieter, der auch die Steam-Gruppe, die Lead-Time-Steam-Gruppe gegründet hat. Neue Mütze für Chris. Ja, der Chris ohne Mütze, das geht einfach nicht. Deswegen hat er hier ein paar Ideen. Ja, einfach mal reingucken. Und das war es eigentlich auch schon. Tom, heute geht es. Ja, 4 Minuten 30 Sekunden war es das schon. Aber schnell. Bäuerchen. Ein Bäuerchen hat er gemacht, der Christian. Ja. Was kann man sonst noch mitnehmen, Tom? Also, wenn du jetzt noch Themen hast, die du ansprechen willst? Wer ist eigentlich der Typ, der da im Hintergrund schläft? Keine Ahnung. Ist mir auch eigentlich geil. Der irgendein Penner von der Straße aufgegabelt? Das erinnert mich an Jay and Silent Bob. Jay and Silent Bob? War das Jay and Silent Bob? Wo der Typ einfach in die Küche kommt? Und dann sagt, hey, was macht der denn da? Dann sagt, ja, ich dachte, das ist dein Freund. Ne, ich dachte, das ist dein Freund. Der bei dir lebt. Aber das war nicht Jay and Silent Bob. Was heißt denn, 5 Minuten? Keine Ahnung. Ich will mir überlegen. Würdest du dich eigentlich tätowieren lassen? Du bist ja nicht tätowiert, aber du hast ja einen Luxus-Körper, möchte ich meinen. Ja, ich möchte mich tätowieren lassen. Ja? Möchtest du einen Drachen auf deinem Bruch haben? Ne, ganz sicher nicht. Nein, was denn? Ich weiß es noch nicht. Ja. Vielleicht eine Rune oder sowas auf deiner Stimme. Ja, nein, ein Ork aus World of Warcraft. Was? Fuck you. So ein Fragezeichen. Ist ja geil. Ja, also wirklich, viel zu sagen können wir heute nicht. Heute kommt noch ein Test von Beat Hazard. Das Spiel, das ich gestern angekündigt hatte. Und, ja. Du könntest mal auf dieses Indie-Game aufmerksam machen, was es auf der Xbox gibt. Beat Hazard? Nein, das andere. Das, wo man das Bild malen muss. Oh, ja. Your doodles are bucked. Das ist super. Ich habe es runtergebracht. Hast du das auch schon gekauft? Ja, ja, ich habe es gekauft für 80 Punkte. Das ist ja quasi geschenkt. Ja. Das ist so geil. Das ist richtig, richtig gut. Das erinnert mich an Cry-Cry-Irgendwas. Cry on Physics. Cry on Physics, ja. Das ist auch richtig geil. Warte mal. Ich mache mal kurz den Trailer an. Und Lemminge. Das ist echt ein cooler Mix. Ja. Und hier, so sieht es aus, Freunde. Und machen wir eine Musik ab. Die ist nämlich super. Es geht darum, diese kleinen, kleinen Viecher hier in diesen Urin-Getränken-Wasserballons. Ich glaube, es ist Honig. Ja, Honig, whatever. Und das macht man, indem man Strecken malt. So wie hier. So schön einfach. Die Mucke erinnert ein bisschen an Tetris. Ja. Siehst du das? Jetzt geht es ab. Die Sounds sind klar aus Wurms geklaut. Aber sonst? Ja, das macht er jetzt. Das Spiel ist super. Ja. Also schlappe 80 Punkte. Das war das erste Spiel, was ich mir die Demo runtergeladen habe. Ja. Dann habe ich es fünf Minuten gespielt. Ja. Und dann war Trial-Version zu Ende. Ja. Dann habe ich sofort auf Kauf geklappt. Ja. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. 80 Prozent. Ja, 80 Punkte. Eigentlich ja gar nichts. Ungerecht. Das ist quasi geschenkt. Aber das ist ja eh das Geile an Indie-Games. So dieses einmalige Game mit Zombies hier nennt. Hat ja auch nur 80 Punkte gekostet. Und das ist für Leute, die halt einfach zu dritt oder zu viert von der Xbox zocken. Ja, perfekt. Also Indie-Games for the win. Wir sollten mal einen Artikel machen. Die besten Indie-Games. Ja, auf jeden Fall. Soll ich das machen? Jo, mach das mal. Nice. Jo. Ja. Was zocken wir eigentlich momentan so? Speck Ops, immer noch. Noch Speck Ops? Ja. Ich glaube, wir brauchen noch 20 Stern. Das ist ein Sucker. Da fällt mir ein, wir hätten jetzt, jetzt wäre wirklich der richtige Zeitpunkt, um diese Speck Ops-Lösungs-Missionen aus der PC-Games-Kids-Action zu bekommen. Ja. Zeig mir das gleich, ich will mal sehen, wie ich auch sehe. Wolle. Genauso katastrophal wie... Wie sonst auch. Wie sonst auch. Machen wir mich weg. Wird schlecht. Ja. Ansonsten, war wohl wieder recht spannend hier. Sagen wir mal Tschüss. Ne? Sagen wir Tschüss. Anderthalb Minuten müsstest du noch vollkriegen. Echt? Ich habe aber keinen Bock mehr, ey. Keinen Bock mehr. Weißt du? Das ist das Ding. Wir könnten... Weißt du, worauf ich Bock hätte? Auf ein wöchentliches Videoformat. Ja? In einem Fahrstuhl. Echt? Das ist ja geil, ja. Sollten wir uns vielleicht mal bei der nächsten Weihnachtsfeier was überlegen? Ja, das können wir machen. Ja. Bin ich leider nicht mehr da, aber... Ja. Ich habe auch schon einen Namen. Format D. Ja. Das wäre geil. Wir könnten über Dinge reden. Ja? Und lachen. Nein, Quatsch. Das ist ja quasi dasselbe wie jetzt, nur in einem Fahrstuhl. Nur in einem Fahrstuhl, ja. Und in einem anderen Namen. Das wäre quasi genau das gleiche, was wir jetzt machen. Was wir schon vor zwei Jahren erfunden haben, im Prinzip. Aber in einem Fahrstuhl mit zwei Leuten könnten wir das machen, Tom. Ach, wo sind denn zwei? Wenn wir da hinten einen sitzen. Ja. Also den können wir ja mitnehmen. Ja. Denke ich schon. Das ist ja so interaktiv mit ihm, weißt du? Sehr gesprächig. Okay, halt. Ich habe hier immer noch dieses... Aber? Was soll's? Ja. Das werden wir aufklären. Irgendwann werden wir herausfinden, wer das ist. Warum das Fahrstuhlfilme? Ja, können wir machen. Ja. Also die Leute haben ja eh... Sollen wir uns da in die Ecke stellen, wo der Spiegel ist und die Rückseite? Bei der letzten Lied haben wir schon gesagt, wir sollten mal im Fahrstuhl machen. Also eine ganze Folge. Ja. Zeig mal hier draußen übrigens. Ich will aber kurz, dass du draußen filmst. Jetzt musst du gleich Tschüss sagen, wenn ich mich umdrehe. Ja. Das ist die Pegnitz oder die Regnitz, keine Ahnung. Das ist ja scheißegal, das ist ein scheiß Plus. Das Lustige ist, die Pegnitz und die Regnitz fließen zusammen in die Stegnitz. Echt? Ja. Du hast so gemildet, Tom. Dreh dich um, Tom. Wir sagen jetzt Tschüss. Ja. Das ist so ein bisschen knackiger Probe, wenn ich das mal sage. Dankeschön. Tschüss. Ich habe auch so eine Hose an, die den sehr betont. Ja. Ja. Hast du? Ja. Ja, cool. Tschüss.